Musik 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 Wir haben euch ja letztens schon gesagt, dass ihr beim Social Media Dinner jetzt immer einen Coach an der Seite habt. Deswegen sind wir heute bei unserem Kittchen-Coach Marco im Kochatelier Adlershof und erfahren heute einiges über Messer und was man damit alles so machen kann. Marco, erzähl doch mal, was hast du denn hier für Messer? Genau, geht ja so ein bisschen darum, dass wir euch an die Hand geben wollen, ja, welche Messer eigentlich in keiner Küche fehlen sollten oder man so ein kleines Grundsortiment hat. Vielleicht gleich mal mit dem ersten. Das ist so ein Turniermesser, heißt das, oder Gemüsemesser, kennt man das auch. Kennst du vielleicht, hast du bestimmt auch, oder? Ja, haben wir auch zu Hause auf jeden Fall. Genau, da hast du so einen schönen Bogen, womit man halt Gemüse so in Form bringen kann. Heißt Turnieren. Dann ein zweites Messer. Das wird auch sehr viel benutzt. Das ist ein Office-Messer. Das ist tatsächlich ein kleines Messer für Gemüse, für Zwiebeln, für alle so filigranen Sachen. Kann man gut benutzen. Kennst du aber auch, oder? Ja, aus dem Office hier so Briefumschläge aufmachen. Dafür brauchst du die, okay. Geht auch, natürlich. Und dann ein Messer oder eine Messerform, die wir Köche absolut lieben. Das ist ein Kochmesser. Kann man hier ganz gut erkennen, oder kannst du hier auch ganz gut sehen. Ist so ein Bogen drin. Siehst du das? Ja. Und das unterstützt natürlich beim Schneiden einfach diese Schneidebewegung, dass es so ein bisschen ermüdungsfrei ist und wirklich geschnitten wird und nicht gehackt. Ja. Also das ist ein ganz wichtiges Messer. Gibt es in allen Größen, gibt es in allen Formen. Und natürlich ein Messer, was auch in keiner Küche fehlen darf, ist ein Sägemesser. Für alle Sachen, die so knusprig sind, so ein Brot, kennt man. Schön aufschneiden. Hier eine ganz wichtige Geschichte. Wenn man sich schneidet, versucht es nicht mit einem Sägemesser zu machen. Halt ganz schlecht. Okay. Und dauert ewig. Hast du schon Erfahrung damit gemacht? Nein. Und nur mal so als ein kleines spezielles Messer. Das ist hier eins. Das hat die Form von Santoku. Das ist ein japanisches Messer oder ein asiatisches Messer. Und hat hier so Kullen. Kennst du, siehst du diese Vertiefung? Ja, so eine Rillen sind das, ne? Genau. Einfach so eine Vertiefung rein. Auf beiden Seiten. Hat den Vorteil, dass die Fläche vom Messer gar nicht so groß ist und da Sachen nicht dran halten. So Käse, kennst du, schneiden klebt irgendwie ein Messer dran. Und so hat das die Möglichkeit, schnell runterzufallen. Und woher, also wenn man jetzt neue Messer kauft, woran würdest du sagen, würde man die Qualität erkennen? Naja, es gibt da zwei Sachen. Also es ist immer, wir machen das so ein bisschen an dem Pflegeaufwand fest. Hier ist ein ganz gutes Beispiel, das ist ein geschmiedetes Messer. Das ist also ein ganzes Stück. Hier ist der Griff mit Plastik gemacht worden. Dadurch hast du keine Fugen. Und dadurch kann da auch keine Speisereste drin sein. Ja? Okay. Und wenn man einen hohen Pflegeaufwand haben will, sehen natürlich auch schön aus, sind Messer mit Holzgriff. Da muss man ein bisschen aufpassen, die muss man etwas pflegen. Dass die nicht in die Spülmaschine gehören, weißt du. Ja, aber manchmal landet doch eins drin. Wer macht denn sowas? Und da ganz speziell, also auch wenn du mit Messern geschnitten hast, nicht in die Spülmaschine mit kaltem Wasser abspülen und trocken machen. Speziell wenn du Zitrusfrüchte hast oder alle Sachen, die Säure enthalten. Dann einfach schnell säubern, trocken machen, dann passt das. Und ansonsten gibt es natürlich Messer von Biss. Und geht so los bei so einem Office-Messer. Vielleicht bei 10 Euro kriegt man schon ein anständiges Messer. Und ja, dann kann man damit schön was anfangen. Ja? Okay, gut. Dann schauen wir uns im nächsten Teil die asiatischen Messer an. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020